Bringen Sie mir Fägelein! Fägelein! Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Ich will Fägelein sehen! Sofort! Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Sie haben nichts Unreichtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Sollten Sie Berlin verlassen? Dann suchen Sie ihn eben! Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann... Wenn er sich ohne Befehle entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Bringen Sie mir Fägelein! Verda...